Moin Leute was geht und willkommen zu einem neuen Video, diesmal uncut, also ist nicht geschnitten dieses Video. Lasst auf jeden Fall ein Lacken, Abo da ist die erste Runde gestorben rein. Also ich mache einen Kater, ist leider jetzt zwei Tage oder eineinhalb Tage nicht da, deswegen ist das Video uncut. Und ihr seht mich auch gerade hier so, gerade in so einem Kasten. Ja, das hatte ich mal irgendwann erstellt, das war eigentlich nicht so schlecht, das habe ich jetzt einfach mal genommen für dieses Video. Die nächsten Videos, wenn ihr wieder da seid, sind dann wieder geschnitten und schreibt auf jeden Fall rein, ob ihr eher längere Videos von mir schaut oder eher kürzere, das würde mich mal interessieren, schreibt das mal in die Kommentare. Und da sind wir jetzt auch in der nächsten Runde. Vielleicht gewinnen wir auch heute eine Runde, wo ich mich echt freue, wenn das so wäre. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben Bombarden, Bombardment, 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 ist jetzt nicht so nice, weil ich jetzt keine Mode habe, um welche runterzuboxen zu können, bei mir ist lustig. Ich bin einfach der losteste Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war so lost. Einfach lost in die Kommentare bitte. Hashtag lost. In die Kommentare schreiben. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr das findet, welche Games ich noch weiter zocken soll, auf den Kanal bringen soll. Dann hört es einfach mal rein. Und ob ihr sowas besser findet, uncut oder geschnitten. Echt sehr interessiert auf jeden Fall. Und? Und? Oh, okay. Oh! Ja! Next Round. Erster. Nächste Runde auf jeden Fall. Warum sage ich das Wort auf jeden Fall so oft? Ich verstehe es nicht. Ich dachte selber nur so oft auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Heute. Auf jeden Fall. Ich versuche es mir ein bisschen abzugewöhnen. Ah ja. Also es ist... Nächstes Game ist... Oh! Nein! Ich mag es nicht so gern. Space Race. Ist aber so richtig lucky, wie man da grad rumfliegt. Weil es ist hier schwebelos. Wie ein Weltraum. Ich mache auch mal die riskante Variante. Und ich bin einfach besser. Einfach. Ich bin einfach der beste. Wir warten mal ab. Und jetzt. Sprung. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Weiter. Haben. Ist sehr perfekt. So. So. Hier drauf. Springen wir auch zur nächsten Fläche. Oh. Ja, mal hier weiter. Ich weiß nicht jetzt. Wo is das jetzt. Ich denk mal einfach. Was ist in der... Ich geh einfach in die Mitte. Es ist rechts. Ok. Wir sind weiter... ein zweiter in dem finale auf jeden fall krass krass finale finale er so und haben wir mal richtig verkackt weil ich so lost war dafür hersteller klassen die kommentare mal gucken wie viele so weit geschaut haben das video schreibt einmal in die kommentare ich will es mal wissen ob die leute meine videos länger schauen oder so doch ein langes video ja natürlich wieder das baum war mir aber diesmal als final ja er hat neben dem und ja, así. Und ja, dann. Nein, du machst ja den irgendwo jetzt nicht. Ah Gott. Natürlich machst du ihn. Natürlich machst du ihn. Natürlich machst du ihn. Ja, wir haben gewonnen. Let's go. Let's go. Lass dafür ein Like und Naruda. Dann werden wir dieses Jahr noch die 300er-Wunderten schaffen. Let's go. Einfach mein Mikrofon gespuckt. So, im Mikro-Ding, zwei Stunden. Ja, Leute. Was? Was hast du auf jeden Fall? Das Lied? Dafür holen wir uns erstmal das ab. Und einen zufälligen Skill gewünscht. Oder besser. Ich wollte mir auf jeden Fall mein neues Mikrofon holen. Also kein so von Hetze-Dingster. Sondern... Oh, episch. Sondern, so richtiges Steh-Mikrofon. Was hier so steht dann, für bessere Mikro... Mikrofon-Qualität. Kostet 70 Euro. Kostet von HyperX. So ein Mikrofon. Ja... Ich wollte mal... Ich weiß nicht, ob es jetzt lohnt, für jetzt meine Video. Aber... Ich glaub schon. Ja... Das ist jetzt einfach die letzte Runde kommen, Leute. So das Video. Das Video. Das Video. Das Video. Das Video. Ich hab ja keine Zeit. Das ist auch schon eine Schule. Weil ich keine Sonne machen wollte. Also, ich hab heute keine Zeit. Aber ich hab dann morgen halt beim Wochenende. Ah, wir haben ein paar Pätsch. Okay. So, jetzt mache ich mal weiter. Okay. Lash. Let's go out. Okay. Vielleicht kommen wir auch noch mal ins Finale. Hier auf jeden Fall. Nice. Ja. Let's go. Vielleicht können wir gleich noch mal ins Finale holen. Auf jeden Fall noch besser. Cool. Nice. Oh. Lasertrace. Hoffe ich die Boxen wieder runter oder so. Oder mit ihren Modes spielen. Ja, habe ich nicht gepumpt. Zwei Special Skips. Ja, da hat man schon mal den ersten Modes, wie der andere. Puh, Puh. 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 Ja, der hat mich geschubbt, der eine, der kleine, der kleine, kleine Haarsohn, der kleine Haarsohn, ey, das sag ich dir aber nicht das Wort, weil sonst wird mein Video gesperrt. Ja, ihr wisst, was ich meine, der Volk-Ding-Sohn, nein, was, Leute, auf jeden Fall, oh, kostenlos, ich bin, hab schon vergessen, euch zu zeigen, machen wir jetzt auf jeden Fall noch den kostenlosen Glücksdreh gewünscht, aber jetzt auch. Ein Stumble-Token, uns fehlt uns immer noch drei Stumble-Token für den englischen Skin. Ja, das war's noch, glaube ich, erstmal mit dem Video, also ist gar nicht so lange geworden, weil ich jetzt so viele Runden gespielt habe. Lasst ein Like und ein Abo hier da auf dem Kanal, um nichts zu verpassen und die Glocke aktiviert natürlich, damit ihr jeden Tag meine Videos anschauen könnt. Und, äh, ja, das war's schon, ähm, abonniert mich, damit wir dieses Jahr noch die 300 Abonnenten schaffen, würde mich auf jeden Fall freuen und abonniert meinen kleinen Kollegen, den NilsFortline18, mein Kumpel, der macht auch YouTube, äh, ja, tut das auf jeden Fall, äh, und wir sehen uns und haut rein und schöne Mitte, ciao, kakao, ciao. Bis zum nächsten Mal.